So, ja ich wusste es, macht mir nix, ist mindestens die zweite Welle, vielleicht sogar die dritte, wer weiß, aber sollte man eigentlich sehen, wenn der nicht mehr so blinkt, der Spawner, mal gucken, ich habe übrigens 200 Shield, mir hätte das aufgefallen, ich weiß ja nicht, wie viele Shields ich schon aufgesammelt habe und das fällt grundlos, obwohl ich schon 200 hatte, Aufladen, ne? Lohnt sich mal wieder, langsam Hier geht es zur gelben Tür, vielleicht ist da ja auch was zum Aufladen und die Smart kann ich mir später noch holen, vielleicht gibt es ja auch hier eine Smart, es gibt so viele Raketen überall, also kein Grund zur Sorge Wieder ein nutzloser Gang gewesen hier Und das Exit! Was macht das denn hier? Dann ist die rote Tür auch irgendwo in der Nähe Muss ja Aber die Gegner haben sie echt vergessen Deswegen haben sie Monitore platziert und die Gegner suggerieren Hilfe Ähm, machen wir gleich nochmal so Speichern Oh, jetzt kommt ein anderer Stört mich nicht, ich habe immer noch 200 Shield So, da unten haben sie sich verkrochen, ich weiß Ey, wo ist der andere? Die kam wohl aus dem Gang da gestürmt Und da ist die rote Tür Die rote Tür Die rötliche Türe Hilfe Blitzschnelle Reflexe Huuuah 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 199, wahrscheinlich wegen der blöden Wand Die Wände sind echt die gefährlichsten Ich wusste, das hier ist der Auflader Center Mir fehlt aber noch die rote Keycord Den habe ich übersehen Huuuah, der kommt sogar Und chill Damit hätte ich wieder 200 Kann ich das auch irgendwie liegen lassen? Das ist aber bestimmt eh nur ein Rundgang Naja Scheiß drauf Ups, 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 ups Ähm Muss sein Diese scheiß Kraketen Er ist tot Und ich bin voll 200, 100 Hatte ich schon mal 200 Energie? Ich glaube nicht Ich glaube, das ist auch nicht mal so leicht möglich Jetzt ist es gegen den ersten Level vielleicht Aber hier muss man ja auch mal schießen Und aufladen geht immer nur bis 100 Vielleicht kann man die ganzen Energiepunkte liegen lassen Bis ganz zum Schluss, wenn man alle Gegner besiegt hat Und dann alles aufsammelt, nachdem man sich aufgeladen hat mit 100 Dann geht es vielleicht dann doch irgendwie, aber Zeitverschwendung hoch 10 Ich habe dich genau gesehen Und du siehst gar nichts mehr Trotz Licht Da war noch einer, ich habe es genau gesehen Zwei noch Und zwei verschiedene sogar Das ist ganz außergewöhnlich Okay, wo bist du Hulk? Da bist du Hulk Ich fühle mich so übermächtig Er hat keine Chance gegen mich hier Noch ein Hulk Ups Warum sind da so viele Gegner? Ist da irgendwas beschützt? Vielleicht ein roter Schlüssel? Komm, da ist Licht Du kannst ruhig Kommen Aber doch nicht, wenn ich nicht damit rechne Ich rechne nicht damit, wenn ich nicht rufe Für so dumm hätte ich den Gegner ja nicht gehalten Dum-di-dum-bi-dum-bi-dum Echt dumm Gut, da geht es dann Hier zurück Auf jeden Fall weiche, schau mal Ich sehe nichts So dunkel Wie wird es dunkel? Da wird es heller Ich sehe das Licht Das Licht Und ich bin auf dem Kopf Ui, ich habe es gewusst Die sind alle Überwacher schon tot Wahrscheinlich Ob die rausgekommen sind Er war ja im Level 1 Der roter Schlüssel mehr überwacht Und was haben wir da? Da Verarschen Kann ich mich echt selber Sogar zweimal kann ich das Ui Yay, die habe ich sogar gebraucht Ist bestimmt noch auf der anderen Seite dasselbe Sieht man gar nicht mehr Das kann man gar nicht erkennen Moment, wartet mal Kann man das erkennen? Das muss man einfach nur ausprobieren Und dann Glück haben Das sieht doch genauso aus wie das hier Naja 95 Raus hier Raus Aus Jetzt ist es aus Wo kommt der her? Der war eben noch nicht Ey, ich habe vergessen zu sprechen Äh, hier sprechen Ähm Ich habe alle Schlüssel Das klingt ja jetzt dann doch recht zügig Ja, wo? Wo? Wo kam er denn her? Äh Jetzt ist er nicht mehr da? Ergibt das Sinn? Ergibt das Sinn? Nicht wirklich Ich hole mir mal Keine Energie Ich will mir die Smart holen Bei dem anderen Energiecenter Ach, da ist er Hinter der Türe Da war mir gar nicht bewusst Beim ersten Mal Da ich die Tür aufgemacht hab Boah, Plasma Ich wollte nach rechts Wieder ausweichen Aber es geht nicht nach rechts Nicht in diesen engen Gängen Nur nach oben Ach, das ist die Stelle hier Mit den vielen Türen hintereinander Hintereinander Lohnt sich Lohnt sich Und das habe ich schon mal gesehen Von der anderen Seite Uh, wie komme ich da noch hin? Ähm Ich gucke kurz hier Da war ich aber offensichtlich auch schon Und was ist hier? Raketen Hier war ich auch schon Also Abmorsch Scheinbar muss ich hier lang Und jetzt Nach hier Ähm Die rote Tür Wo war die denn? Die habe ich doch gar nicht Doch, die habe ich gesehen Habe ich doch vergessen Wie ich hinkomme Aber werde schon gleich erleben Erstmal hole ich mir hier Die Smart und Energie Schön, wenn das Level so leer ist Kein Gegner da Könnte ruhig öfters so sein Ähm Die Smart Wie komme ich an die? Da muss ich glaube ich Hier runterfliegen Andere Seite Genau Da war was Zack Habe ich hier auch wieder Hier war unverwundt Bock Ist da unten drunter noch was? Nein Aber ich kann mich jetzt einsperren Und ein Nickerchen machen So Wie komme ich hier Jetzt zur roten Tür Ich fliege erstmal hier weiter Das war ein sehr guter Plan Da war die blaue Keycord Ja Da komme ich glaube ich her Oder? Aber ist trotzdem richtig Ist richtig Ist richtig Du 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 Oh es ist Ah Rakete Die verschwunden ist Schreckt mich total Ausgerechnet In dem Moment Muss ich verschwinden In dem ich hier durch die Tür komme Und da haben sie nur Darauf gewartet Ja Hätte ich mich auch aufladen können Aber da hätte ich die Smart Nicht bekommen Von daher Das wäre total unsmart gewesen Hilfe Ein Shield Hilfe Kann ich jetzt überhaupt einsammeln Habe ich ein halbes Verloren Nö Einen halben Punkt Habe ich ja Rückendeckung Vom Shield Äh Noch eine rote Tür Dieser notwendige rote Gang hier Grüne Wieso ist er nicht gestorben Er gibt dir keine Sinn Jetzt aber Öffne dich Zeig dich Reaktor Muss ich mal gucken Wo ich zum Exit komme Ist das nicht ewig weit weg Ihr Idioten Ihr müsst sterben Hm Kein Bock mehr auf Hulks Die meisten kommen echt nicht mehr Wieder Hulks Hier Wie viel gab es in dem Level Vielleicht fünf So speichern So nicht So nicht Wieso Ich brauche Laser Für diese Entfernung Ist Laser definitiv besser Ey Ich habe so schön geschossen Ist ja auch irgendwas gestorben Immerhin Lebt immer noch was An rotes Donne ich etwa ein Hulk Scheint was zu Ein rotes kleines Ding Wäre doch echt schon aggressiv Zu mir gestürmt gekommen Ne das war echt nur so ein kleines Da ist ein roter Ist das ein roter Hulk Es ist einer Ich wusste auch was es ist einer Konnte es nicht erkennen Genau Dann kann ich auch direkt von hier aus Scheinbar Den Reaktor erwischen Man hört es sogar Irgendwie hat der Der Hulk Zum Schutz Die kleinen Roten Noch dabei Wie mache ich das denn jetzt Am geschicktesten Ich konnte den Reaktor Einfach plätten Mal kurz mal gucken Ist ja irgendwas Interessantes noch Scheint mir nicht so Da ist echt nur der Reaktor Noch in die Wand Eingeferscht Und mit ein paar Gegnern Ich könnte ja Raketen benutzen Es gibt so viele hier Wie er ausweicht Wie so ein ganz kleiner Und ist der Hulk Einfach zu nah rangekommen Da trifft mich nichts mehr Schön Ist halt die Frage Wo war das Exit Da ne Dann ist es auch Gar nicht so weit weg Also hier ist es Ne ist es nicht Ja wo ist es denn Das war doch irgendwo In einer gelben Tür Gibt mir bestimmt wieder So eine lange Exitsuche Wie es schon war Vielleicht sollte ich ihn Einfach mal plätten Und ausprobieren Ach der Blöde Hulk Gibt noch Ups jetzt bin ich Wo war ich 18.5 ne Ähm Muss ich besser machen Ich will nicht den Reaktor Gleich treffen Aber egal Dann eben so Einfach hier weg Wo ging es denn hier weg Dummer Hulk Dann eben so Oder wird der Reaktor Gerade getroffen Das wärs ja Und der Hulk Scheint schon tot zu sein Komisch Vielleicht hab ich die Gleichzeitig getroffen Jedenfalls gibt's hier Echt nichts mehr Dann suche ich jetzt Gerade mal kurz Wo das Exit ist Das muss ich ja Irgendwie finden Ist es hier oben Oder so Da ist es Moment Will ich das so machen Mit so wenigen Homings Ja komm Ich hau ihn vorab Exiting der Mine Miranda Mine Destroyed Herrlich Musik zu Ende Weiter geht's Immer noch auf dem Uranus Uranus An Fabrikstation Otomo Uranus Hobbit Vom Hauptquartier Die Gefangenensituation Verschärft sich Materialverteidiger Materialverteidiger Wachsam bleiben Nimm und Meldung Wenn Oberon Oberon Mine MN3377 sauber ist Oberon Oberon Obron Obron Egal weiter geht's Sooo Hat ja direkt gepasst Mit den Speicherständen Dann sind wir jetzt endlich im Level 19 Von 30 Beziehungsweise 20 Ist es schon Weil Siegut 1 Ja nicht so mit eingerechnet wird In der Zählung Ähm Damit fehlen noch 10 Level Und 20 schon geschafft Ist das nicht gut Ist das nicht gut Dauert nicht mehr lange So Eins Und ich sage tschüss Mein Name ist Sam Ciao 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 Ciao